Und weiter geht's mit einer weiteren Folge von FIFA Ultimate Team. Ich bin schon mal bis hierhin gegangen und wir gehen direkt auf Weiter und Suchen. Ich habe nichts geändert. Es ist alles gleiche Problem wie am Ende der letzten Folge. Auch dass Raphael sehr minus ist in Fitness und nach der nächsten Partie muss ich auch Verträge verlängern von Podolski und Cortus. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Cortus. Von dem belgischen Torwart, der in der letzten Folge zweimal böse, böse gepatzt hat. Rotwahl. Der hat Dante und Verbeuten und Vertogen und Igea. Ateta, Felani, Hamzik. Er hat keine Chemie. Er ist nicht so eine gute wie wir. Er hat 60, der hat 60, wir haben 70, aber das heißt ja noch lange nichts. Das ist die letzte Partie. Der hatte 80 Chemie. Wir haben ihn trotzdem mithalten können. Mist. Fuck. Ja, es war richtig mitzulaufen. Leute. Leute, schsch. Ah. Doch, 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 doch. Passt noch, passt noch, passt noch. Oh, verdammt. Das war knapp. Dat war knappe. Den Verbeuten sollte ich locker wegkommen. Und ein Tor schießen. Ah, du ries. Ah, du ries, ah, du ries. Er ist vielleicht nicht der Schnellste, aber er ist kopfweißstark und macht die Dinger rein. Dante. Also, wer zu sehen, ich weiß auf jeden Fall, was die Imba-Offensive in dem Spiel ist. Wenn du Messi, Neymar, Bale und Ronaldo hast, dann gewinnst du jedes Spiel. Behaupte ich einfach mal. Weil die alle zusammenzukriegen, aber dann brauchst du aber auch. Oh, Mist. Ich kriege einen Fallstoß. Überleg doch mal. Ronaldo, Messi, Bale und Neymar. Und vielleicht noch Benzema dazu. Offensiv. Alter. Mit welchen Verteidigern willst du denn dagegen spielen dann? Oh, verdammt. Mist. Verdammt, Mensch. Jetzt wird nicht ausgekontert. Oder nicht. Er läuft mit dem Ball ins Aus. Das ist auch gut. Oh, das war knapp. Das war kurz vorm Abseits. Aber wirklich ganz, ganz knapp davor. Nein. Verdammt. Warum? Warum so halb gelupft? Geköpft. Oh, Mist. Ach, da liegt ja schon wieder einer von meinen. Abseits. Oder Torwart. Torwart Ball. Das ist ein Linksfuß. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Hui. So. Oh, Mist. Das war scheiße. Das war gut. Nein. Das war... Ah, fuck. Eine Sekunde zu lang nachgedacht. Torwart. Ah, fuck. Mein Ball. Mein Ball. Mein Ball. Wie gesagt. Mein Ball. Ich musste schießen. Ich kam nicht rüber. Ich hätte nicht rüber bekommen, so wie ich... So wie es aussah erst. Okay. Mist. Mist. Zu lange wartet. Oh, ich hatte richtig Gedanken, dass er sich so drehen wird, aber... Okay, der Soldado ist ganz schön platt bei ihm. Abseits. Das war nicht abseits. Nein, mach ihn doch. Verdammt. Verdammt, ich mach ihn doch hin. Oh, Sako schon das zweite Mal, das ist der Kopfhöriger in der Mitte gewonnen. Ah, verdammt. Ich hab, ich hab einen Wurf, ich hab einen Wurf, ich spiel viel Pass, ich spiel doch keinen Fall Pass. Mist. Oh, verdammt. Wieso geht der nicht rein? Der muss ihn doch nur reinschieben in der Situation. Aber nein. Oh. Der Torwart hält ja wirklich alles. Wer steht denn da nochmal am Tor? Ah, Mann. Oh. Oh. Ich hätte schon zwei, drei Tore Schmeerschießen müssen. Damit wir. Oh. Komm, jetzt eiskalt kontern. Okay, Abpfiff. Mist. Verdammt. Oh, solche hundertprozentige Chancen und ich mach sie nicht rein. Ich, 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 ich nehm mal Adiuris lieber sicherheitshalber raus. Einfach, weil er platt ist. Und ich möchte keine Verletzungen unbedingt riskieren. Wat net mutt dat mutt ja net. Alter, was war das denn zur Hölle? Das war sowas von unnötig, dieser Fehlpass. Alter. Und Eckball. Und Ausgleich. Mist. Mist. Alter, wieso auf ihn? Nicht, also auf, ähm. Mist. 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 Mann. Komm. Und jetzt Brötzki mitnehmen, wenn er mal laufen würde. Mist. Wird so schön verlängert mit dem Hinterkopfwerkruh gewesen und dann rein. Komm, wir brauchen nur noch den Einsieg, dann sind wir in Liga 8. Oh, oh. Oh, oh. Und raus die Scheiße einfach. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 2, 0. Oh, oh. Wah. Geto. Ich habe extra Tempo am Ende rausgenommen, um das zu machen. Weil hätte ich geschossen, wäre es in die Hose gegangen. Mit Sicherheit. Mist. Und hinaus die Scheiße. Ach, schade. Oh, 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 oh. Mist. Wieso nimmt er den denn auf? Kann das einer erklären? Schön. Danke, dass ich jetzt erst einen Verteidiger bekomme. Danke, dass ihr euch gegenseitig umrennt. Via Gelb? Fragezeichen. Ja, anscheinend... Ja, hat er bekommen. Ja. So, jetzt kann ich auch mal mein Tempo ausspielen. Ah. Mann. Abseits, oder? Oder faul, hat er gepfiffen. Ah, Mist. Dante ist verletzt. Was hat er denn? Mist, ich wollte nicht auf den haben. Aber das war jetzt nicht mehr machbar. Ich hasse diese Ballverluste in dem Mittelkreis, wenn ich mein Aufbauspiel mache. Ich hasse sie. Normalerweise werden sie bestraft. Was hat er tödlichst. Jetzt aber. Draxler. Julian. Draxler. Ich habe schon wieder gewonnen mit Aufgabe. Es kommt leider zu oft vor. Es tut mir unendlich leid. Wie viel deutsch habe ich denn in Team 1, 2, 3? Wieder ein Sieg und den Aufstieg perfekt. Es wachs will man mehr. Titel gewonnen. Aufstieg perfekt. Ja. 3.000 Münzen. Das heißt, wir haben jetzt 5.000. Das heißt, ein Päckchen wer drinnen. Ein Päckchen wer drinnen. Oder? Täusche ich mich da. Ja, ich könnte auch sparen, aber ich brauche ein paar Verbrauchsobjekte. Ja. Komm. Das holen wir uns jetzt direkt. Hauen wir die Münzen raus. Als Aufstiegsbelohnung. Ich gucke nicht hin. Wieso kriege ich nur Torhüter? Was soll ich mit den ganzen Torhütern? Was soll ich mit den Verletzungen? Verträge? Habe ich noch einen besseren Ersatztorwart? Ich weiß. Sollte man nicht machen, aber... Ich mache das immer so. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Also werden wir die schnell 4... Wie heißt denn? Schnell verkaufen. Tut mir leid, aber wenn man das nicht so macht. Die kann ich nicht gebrauchen. Und es sind ja keine seltenen Spieler. Also so viel würde ich nicht für die kriegen. Also auf Schnellverkauf. So wie wie Cardiff City. Und das. Und den Rest geht in den Verein. Und den Rest in verbleibende Objekte. Im Verein speichern. Ja. Weil ich muss jetzt noch Verträge verlängern. Das mache ich jetzt noch in dieser Folge. Damit ich das nicht am Anfang der nächsten Folge machen muss. Und wieder Zeit verschwinde. Was ich ja mal so gerne mache. So. Oh. Äh. Habe ich noch für meinen Vertrag... Ähm. Manager-Verträge. Manager-Verträge. Ach. Habe ich ja noch ein bisschen. Äh. Nehmen wir Plus 13. Der Podolski brauchen noch einen. Sarko ist verletzt. Oh. Oha. Oha. Ich habe noch... Wie viele Verträge? 22. Ach. Das dauert ja noch. Wir nehmen erst mal Plus 13 Uhr. Ja. Die Plus 28 würde ich auch nicht unbedingt jetzt einsetzen. Außer wenn ich so ein Ronaldo oder sowas bekommen würde. Wo ich aber... Ja. Der Starkkrank Zweifel. Wieso sollte ich einen Christian Ronaldo ziehen? Ähm. Und Podolski erstmal. Na nichts. Ähm. Auf... Nein. 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 Nicht Transfermarkt anbieten. Nein. 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 Aber dank den guten Sets haben wir ordentlich Verträge. Die bleiben noch ein bisschen. Der hat noch zwei. Der hat noch einen. Der hat noch sieben. Drei. Den hier möchte ich gerne... Oh. Draxler. Draxler kriegt direkt einen. Dann machen wir das mal direkt hier weg. Und ich werde anscheinend jetzt mal Team Fitness einsetzen. Ähm. Fitness. Nein. Nein, 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 nein. Ähm. Und das hätte ich gerne. Da werde ich jetzt mal wieder noch ein wenig mit dieser Mannschaft zusammenarbeiten in nächster Zeit. Ja. Team Fitness ist angesagt. Äh. Manager Objekte anbieten. Ähm, nein. Was ist denn Manager-Liga eigentlich? Das macht ja keinen Sinn. Meiner Meinung nach. Wie ging das nochmal? Ähm. Äh. Mannschaft. Team Training anwenden. So war das. Fitness Objekte. Oh, wir haben drei davon. Geil, dann machen wir eins. Dann haben wir alle erstmal wieder voll. Und wir haben uns ruhe die nächsten Partien. Unser Kurs verletzt, habe ich gelesen. Oh. Einen Vertrag habe ich vergessen. Gut, dass ich das jetzt am Ende der Folge mache. Ist besser als... Da seht ihr auch noch, was ich mache. Brauche ich das nicht offscreen machen oder am Anfang der nächsten Folge. Und du bist verletzt. Was hast du? Bein. Fällt ein Spiel aus. Heilung. Kopf. Oberkörper. Bein. Arm. So. Vertrag zwei. Aber dafür sind alle topfit. Und wir werden in der nächsten Folge unser Glück in Liga 8 versuchen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss. Haut rein und Heinzelmann. Ciao.